Hallo, ich heiße Manu. Ich habe mich im vergangenen Jahr dran gemacht, meine erste Solo-Platte mit viel Eifer und Liebe zu produzieren. Und nun suche ich Unterstützer, die mir dabei helfen, das Baby in den Hafen zu fahren, sprich in eure CD-Regale zu bringen. Konkret suche ich 233 Personen, die das Album vorbestellen und eine Woche vor Release-Termin in ihrem Briefkasten haben. Als ich mich an die Arbeit für das Album gesetzt habe, ging es darum, erstmal etwas Authentisches zu schaffen, ohne mich an Vorgaben und kommerziellen Aspekten zu orientieren. Wichtig bei dieser Album-Produktion war mir auch die Liebe zum Detail, beispielsweise dieses Fender Rhodes, dieses Schätzchen, welches eine wichtige Rolle spielt bei dem Album. Wir haben eineinhalb Tage verbracht, um die richtigen Mikrofon-Positionen rauszufinden für den perfekten Klamm. Mit auf dem Album hat es eine ganze Reihe von hochgeschätzten musikalischen Freunden und Bildgefährten, wie zum Beispiel an der Rhythmusgruppe wohl einer der besten Schlagzeuger Deutschlands Matthias Meusel und auch mein jahrelanger prägender Bassfreund Marc Ebermann. Mein Gesang, den wollte ich euch vorenthalten, deswegen hat es ein paar tolle Sängerinnen und Sänger drauf. Tracy Campbell aus London, Laura Bellon, Danny Fresh, Miene, Pepper singt vom Glashaus. Für alle, die mich über den CD-Kauf hinaus unterstützen wollen, gibt es ein Spezialkonzert in Bern, zu dem ihr ab einem Beitrag von 150 Schweizer Franken exklusiv eingeladen werdet. Warum solltet ihr diese CD kaufen? Ganz einfach, weil ich finde, sie ist geil geworden, es steckt viel Herzblut und Leidenschaft drin, hört sie euch an. Ich danke euch schon ganz herzlich für eure Unterstützung und freue mich, die CD euch überreichen zu dürfen. Ich danke euch, die CD euch überreicht. Ich danke euch, die CD euch überreicht.